Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei CryptoKey. Heute kaufen wir uns gemeinsam die Metaverse-Kryptowährungen, Metahero, also den Token Hero selbst. Es wird dieses Video wieder Timestamps haben, also aufgeteilt so wie bei Blocktopia kaufen schon. Ich mache das jetzt heute, ich habe eigentlich ein anderes Video geplant, aber nach dem gestrigen Video, wie man Metahero, also wo ich das vorgestellt habe, kamen sehr viele Anfragen in den Kommentaren und auch in den Nachrichten, ob ich nicht ein Video drehen kann, wie man Metahero kauft, das machen wir jetzt heute. Wir schauen sich zwei Beispiele an, einmal über KuCoin und Gate.io, da bin ich selbst nicht angemeldet, aber ich zeige dir das, wie das da drinnen aussieht. Und das erste Beispiel, was wir davor durchgehen, ist wieder über das MetaMask Wallet in Verbindung mit Pancakes. Mit den Timesteps unten, das Intro nach dem Intro kommt, die Einrichtung vom MetaMask Wallet. Solltest du das MetaMask Wallet schon haben und dich auskennen oder das schon beim Blocktopia-Video eingerichtet haben, dann brauchst du diesen Teil nicht mehr schauen, dann kannst du gleich überspringen und kannst dir das anschauen, wenn wir dann beginnen mit dem Kauf von Metahero. Und dann, also solltest du dann aber noch kein MetaMask Wallet haben, dann bitte einfach das MetaMask Wallet Tutorial anschauen. Ist wirklich ganz kurz, super simpel zum Einrichten, Download, ein paar Klicks machen und Sache ist erledigt. Ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass das Binance Smart Chain Netzwerk darin ist, aber das zeige ich im Detail. Nicht wundern, ich nehme diesen Ausschnitt, wie man das Wallet einrichtet, aus dem Blocktopia-Kaufen-Video heraus. Das kürze ich nur so ab, damit wir beim Binance Netzwerk einfügen dann einen Cut haben und danach beginne ich dann weiter für die Dinge, die man braucht, bevor man dann eben bereit ist, dass man Metahero kaufen kann. Das heißt, wir werden jetzt in das Screen Monitoring wechseln, dann beginnt kurz die MetaMask Wallet Einrichtung und anschließend kaufe ich schon live die Metahero. Und im dritten Teil vom Timestep schauen wir uns dann nochmal kurz Gate.io und KuCoin an. Aha, also ich schmecke jetzt mal um in mein Screen Monitoring. Wir sind jetzt im Screen Monitoring. Du gehst bei MetaMask, gehst du auf MetaMask.io Download. Wenn du das gemacht hast, kannst du das MetaMask hier hinzufügen, Erweiterung hinzufügen, erfahrt das dann auch gleich, dann wird das installiert, kommt in deinen Chrome Browser als Applikation hinzu, das öffnet sich dann auch gleich und dann hast du das in dein Chrome Browser drin. Und dadurch kannst du dich mit verschiedenen Wallets verknüpfen, die online sind. Das heißt, es gibt einfach eine Verknüpfung zwischen den verschiedenen Plattformen und den MetaMask Kryptowährungen, also MetaMask Wallet. Und das ist wirklich einfach. So, jetzt hat sich das MetaMask Wallet geöffnet. Du siehst hier, der kleine Fuchs bewegt ein bisschen seinen Kopf, dann kommen die ersten Schritte, dann gibt es einmal die Möglichkeit, nein, ich habe bereits ein Seed-Schlüssel, bist du neu bei MetaMask. Das ist, wenn du schon ein Wallet hast und die zwölf Wörter, da gibt es zwölf Sicherheitswörter, die musst du dir dann merken, aufheben, Bankschließfach, wie auch immer, ich erkläre dir das gleich. Dann kannst du das aktuelle Wallet importieren oder du sagst, nein, ich habe ein neues, legen wir los. Wir nehmen ein neues Wallet, sagen, I agree. Dann gibst du kurz ein Passwort an, dass du dir merkst, jetzt nichts Wichtiges, das kannst du, wenn du ein Wallet woanders importierst, wieder neu eingeben, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Dann kriegst du ein kleines Video, wo sie dir sagen, hey bitte, die Secret Recovery Phrase, die ist super wichtig. Du dir irgendwo hin, wo niemand darauf Zugriff hat, speichere dir nicht ab, wo jemand das sieht und und und. Dann kommst du in den nächsten Punkt und das sagt er dir, hey, die Secret Recovery Phrase. Was du hier machst, du klickst das an, dann hast du diese zwölf Wörter, die du hier hast, ich kann sie dir eh zeigen, weil dieses Wallet nutze ich nicht. Mit diesen Wörtern hast du Zugriff jederzeit auf dieses Wallet. Egal wo du auf der Welt bist, egal auf welchem Computer, Handy oder du bist, du kannst damit immer auf deine Kryptowährungen zugreifen, die in MetaMask-Wollet sind. Das machen wir jetzt nicht, ich gehe jetzt weiter später erneut erinnern. Dann sind wir hier erinnern. So sieht das aus, super simpel, super einfach. Du siehst, die Ethereum ist gleich darin, ich zeige dir jetzt die verschiedenen Netzwerke. Du musst dir ganz klar sein, es gibt verschiedene Netzwerke, da blende ich dir ganz kurz etwas ein. Es gibt das Ethereum-Netzwerk, das Binance Smart Chain-Netzwerk, das Polygon-Netzwerk, das sind die, wie wir jetzt nutzen. Es gibt auch Solana-Netzwerk und, und, und. Ich zeige dir aber jetzt, was wir brauchen. Das Ethereum-Netzwerk ist automatisch. Binance Smart Chain brauchen wir für den dritten Teil des Videos und für den zweiten Teil brauchen wir das Polygon-Netzwerk. Also eigentlich super simpel erklärt. Wir gehen das jetzt ganz kurz in den Einstellungen durch, was du hier machen kannst. Du kannst umstellen das einmal in deiner Währung, die du möchtest. Was dir halt zusteht, ich lasse jetzt einfach mal Dollar, ich würde hier Euro nehmen. Hier kannst du aussuchen, möchtest du das in Euro oder Ethereum angezeigt haben. Fertig. Dann gehst du auf Erweiter, das kannst du eigentlich alles so lassen. Im Prinzip kannst du hier alles so lassen, wie es ist. Das Einzige, was wir brauchen, ist ein Netzwerker. Wir haben Ethereum-Mainnet-Netzwerk. Wir wollen aber ein weiteres Netzwerk hinzufügen. Wir brauchen einmal das Blockchain-Netzwerk von Smart Chain. Ich werde das jetzt kurz eingeben. Du gibst hier diese verschiedenen Dinge ein. Die sind im YouTube wieder unten abgespeichert. Kannst du so nehmen und auch einfügen. Ich mache das jetzt kurz, dass das Video kürzer wird. So, ich habe das jetzt alles eingegeben für dich. Es kann sein, dass es hier und damals so steht, ungültige RPC-URI. Das ist einfach, weil du davor oder danach irgendwann ein Leerzeichen hast. Das einfach weggeben. Dann klickst du auf Speichern und dann haben wir uns das bei einem Smart Chain hinzugefügt. Du kannst jetzt hier oben zwischen den verschiedenen Netzwerken wechseln. So, und jetzt sind wir damit fertig, wo ich gesagt habe am Anfang des Videos, wir werden, also ich werde einen kurzen Teil des Videos aus einem anderen hinausschneiden. Und da habe ich jetzt gestoppt. Also das war jetzt aus einem anderen Video, deswegen nicht wundern, wenn die Sprachqualität vielleicht gerade etwas anders ist. Wir sind jetzt in meinem Metamask-Wallet. Weil du siehst, ich habe hier ein paar BNB oben schon und ich habe hier auch schon ein paar Heroes gekauft. Was wir jetzt als allererstes machen müssen oder du als allererstes machen musst, bitte? Du gehst hier oben rechts in deinen Chrome-Browser auf dieses Puzzle. Und wenn du dieses Puzzleteil anklickst, hast du hier die Metamask und du klickst dann hier bitte auf Anpinnen. Damit dieser Fuchs, also Metamask-Wallet, hier oben eben dabei ist. Das brauchen wir jetzt, damit wir das verbinden können mit Exchange, mit PancakeSwap. Bei dir, wenn du reingehst in PancakeSwap.finance.swap, wird das mit großer Sicherheit so aussehen. Das ist mal das allererstes, was wir jetzt machen. Wir verbinden die PancakeSwap mit unserem Wallet. Das Wichtige ist, weil du, wenn du jetzt hier oben hinaufklickst, hast du immer dieses Pop-Up-Fenster. Und was du hier eben jetzt machen musst, ist, dass du, falls du nicht bist im Binance Smart Chain Netzwerk, dass du hier auf Netzwerke klickst und dieses dann anklickst, dass wir hier darin sind. Und wenn du dann hier auf Connect Wallet gehst und auf Metamask klickst, dann siehst du schon, hat sich das verbunden. Und hier oben hast du die Wallet-ID dann von dir drin. Sollte das nicht der Fall sein, dann wird hier oben beim Fuchs ein kleiner Einser stehen. Dann öffnest du diesen und dann fragt er dich, hey, können wir das bestätigen, damit wir ein PancakeSwap mit deinem Metamask-Wallet verbinden können. Und dann klickst du bitte auf OK. Dann bist du auf denselben Status, wie ich es jetzt habe. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, der nächste Step ist, dass wir den Token zum Metamask-Wallet hinzufügen. Weil bei dir wird jetzt nur BNB stehen und wird nicht Hero stehen. Das heißt, wir müssen den Hero-Token hinzufügen. Wie funktioniert so etwas? Du gehst zum Beispiel auf CoinMarketCap, suchst dir den Meta-Hero-Token hinaus und dann hast du die Contracts. Und dort, wo Contracts steht, hast du das eben hier drinnen stehen. Und da hast du neben dem Fuchs die Copied Address. Oder du kannst auch gleich Add to Metamask. Ich zeige dir das jetzt, was ich meine. Wenn wir jetzt diese Copied Address nehmen, diese kopieren, hier hineingehen und dann scrollst du nach unten und dann steht hier Import Tokens. Wenn du da hinaufkriegst, kannst du eine Token-Vertragsadresse hineingehen. Das ist genau diese, was wir eben gerade herauskopiert haben. Das hast du auch bei CoinGecko. Bei CoinGecko findest du diese Contract-Adresse auch. Diese fügst du dann hinein und du siehst dann, dass meine schon hinzugefügt wurde. Du brauchst, also ich habe ja Hero schon. Wenn du das machst, würde er dir jetzt sagen, Token-Hero steht hier dann Hero und Dezimalangaben wird auch irgendetwas stehen. Das füllt sich automatisch aus und dann klickst du hier unten auf das blaue Feld Add Custom Token. Ich brauche das in meinem Fall nicht mehr machen, weil ich habe ja schon welche. Das ist der nächste Schritt, den du machen musst. Dann kommen wir zum weiteren Schritt. Das heißt, ich kaufe jetzt BNP, also ich kaufe Binance Coin. Warum kaufe ich Binance Coin, zeige ich dir auch. Du kannst aber auch US-Tether kaufen. Du kannst nämlich auch diese Meta-Hero mit US-Tether über PancakeSwap kaufen. Für mich ist es einfach, ich nehme dir BNP. Ich sage dir auch gleich, warum wir BNP bevorzugen. Du musst nicht unbedingt, solltest du bei Binance nicht hineinkommen und dich nicht anmelden können oder keinen Account haben. Du kannst dir von überall, wo du BNP kaufen kannst, kannst du diese an dein Meta-Mask-Wallet senden. Damit diese dann hier oben sind. Das mache ich jetzt auch live natürlich mit dir. Das Wichtige ist nämlich, wir brauchen ein klein wenig BNP hier. Zumindest ein klein bisschen was. Damit wir eine Transaktion durchführen können. Weil wenn wir jetzt dann mit unserer BNP hier die Heroes kaufen wollen, dann und du hast aber kein Guthaben in Meta-Mask, dann wird das ein Problem. In dem Fall ist es aber falsch gesagt, weil du hast ja eh BNP, wenn du dir BNP hinüberweist. Sagen wir aber, du hast US-Tether dir gekauft, überweist die US-Tether hier hinein und hast aber keine BNP, dann kannst du die Transaktion nicht durchführen. Deswegen meine Empfehlung, kauf dir BNP, so wie ich es jetzt mache. Mach es eins zu eins und sende sie dir zu deinem Meta-Mask-Wallet. Das wäre mal das Nächste. Beim Swappen, das möchte ich dir auch noch sagen. Kann es dann sein, wenn du hier hinaussuchst den Hero, siehst du das nämlich, Added by User Meta-Hero. Das Ding ist, wenn du hier Hero hinaussuchen wirst, dann wird er dir schreiben, hey, dieser Token kann ein Problem sein, weil der ist jetzt nicht offiziell hier gelistet und du musst dich in Acht nehmen für Scams und Ähnliches. Aber ich habe die Tokenadresse Hero geprüft und die ist identisch, wenn du diesen hier hinzufügst, mit der aus dem Coin-Market-Cap. Das heißt, hier nicht wundert oder nicht verunsichert sein, wenn das steht, du musst das manuell hinzufügen. Ist nur ein Klick, also ist super einfach. Das wäre mal das Nächste. So, was ich jetzt mache, ich zeige dir live, ich kaufe einfach mal, ich muss gerade schauen, wie ist denn der Preis gerade? 0,18. Ich sage euch was, Leute. Ich habe gestern das Video gedreht, wie ich Meta-Hero vorstelle, da war er 0,12. Wie ich mit dem Video fertig war, war er 0,15. Das heißt, ich habe meine ersten Meta-Hero bei 0,15 gekauft und wir sehen hier, okay, er ist jetzt wieder bei 0,18. Also heute Morgen war er wieder, aber ich habe mir gedacht, ich splitte das. Aber ich splitte auf jeden Fall, weil ich hoffe, dass er noch ein bisschen fällt. Aber ich kaufe jetzt einfach mal live BNB. Das heißt, in meinem Fall, wenn du auch Binance benutzt, gehst du auf Wallet, via den Spot. Ganz simple Sache. Dann suche ich mir den BNB-Token raus, sage, ich kaufe BNB. Ich nehme jetzt einfach mal 100 Euro, gar nicht so viel, weil ich hoffe, dass wir ein bisschen günstiger noch fallen bei dem Token. Wobei, ich nehme 200 Euro. Es geht ja um nichts. Mach dann Continue. Jetzt kaufe ich schnell den BNB. Also ich melde mich zurück, wenn das fertig ist. So Leute, ich bin jetzt zurück. Die BNB sind angekommen. Was aktuell leider der Fall ist. Du brauchst mindestens 0,5 BNB, um diese dahin überweisen zu können. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, ob es daran liegt, dass BNB, das Netzwerk gerade etwas verstopft ist. Aber sie haben mir gesagt beim Auszahlen, ich wollte schon auszahlen, du brauchst mindestens 0,5 BNB. Also wenn du das vorhast, so zu machen, dann kauf dir mindestens 0,5 BNB. Danach, was wir als nächstes machen. Wir klicken hier auf Withdraw. Der nächste Punkt ist, wir klicken auf das MetaMask Wallet hier oben. Du schaust, dass du im Binance Smart Chain Netzwerk bist. Klickst dann in Zwischenablage kopieren deines Accounts, also deiner Wallet-Adresse. Fügst diese hier ein. Und er erkennt sowieso automatisch, dass das im Binance Smart Chain Netzwerk ist. Solltest du das von irgendwo anders auf dein MetaMask Wallet überweisen, schau bitte unbedingt, dass du im BSC Netzwerk das machst. Es gibt nämlich auch das BNB, aber es würde nicht passen. Es würde sowieso eigentlich nicht hinun, aber wir lassen das einmal so. Dann sage ich natürlich, okay, ich möchte meinen maximalen Betrag. Du siehst hier noch einmal, hier steht Congested. Das ist sowas wie verstopft. Es kann natürlich sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert als geplant, aber das soll nicht das Problem sein. Ich habe jetzt den maximalen Betrag, habe das auf mein MetaMask Wallet-Adresse eingegeben und klicke jetzt auf Withdraw. Und sage dann, ja, es ist okay, confirm das, continue. Und jetzt muss ich mich bestätigen. So, das habe ich jetzt bestätigt und wie du siehst, ist der Awaiting Approval. Wenn das alles geschehen ist und die BNB in meinen MetaMask Wallet angekommen sind, gehen wir den nächsten Schritt durch. So Leute, nachdem die Überweisung wegen dem verstopften Netzwerk von BNB gerade zu lange dauert, ich warte jetzt schon eine Stunde, es ist leider noch nicht durch, werde ich dir das zeigen mit meinem Restguthaben, was ich an BNB auf meiner MetaMask Wallet habe, damit ich dieses Video fertig schneiden kann. Ich habe vor, ich habe es eher eingeblendet, einen kleinen Fehler, also nicht Fehler. Es ist aktuell, mindestens 0,5 BNB muss man versenden, weil das Netzwerk verstopft ist. Es ist nicht immer so, weil schau mal hier unten, ich habe hier unten am 23.11. schon mal 0,026 BNB an mein MetaMask Wallet gesendet, einfach nur, damit ich ein Guthaben habe, um Transaktionen durchführen zu können. Ja, sonst wäre das eben nicht gegangen. Das heißt, hier bitte nicht irgendwie wundern, dass es bei mir jetzt 0,5 war. Und wenn du weniger kaufen möchtest, das wird auch funktionieren, wenn das Netzwerk wieder weniger verstopft ist. Es ist aktuell einfach nur überall belastet. Wie gehen wir jetzt vor? Wir haben ja das vorhin verbunden mit PancakeSwap. Das heißt, hier ist auch die Wallet noch verbunden. Und du siehst jetzt hier, ich habe hier meine Balance, die 0,020188 am BNB. Ich versuche jetzt einfach, um eine kleine Summe MetaHero, ja, um einen kleinen BNB Balance MetaHero zu kaufen. Das heißt, was du hier machen musst, du musst hier, wenn du den noch nicht hinzugefügt hast, was ich dir vorher erklärt habe, hinzufügen. Wenn du das gemacht hast, dann wählst du diesen auch aus. Und du siehst jetzt, okay, ich möchte, ich habe jetzt zum Beispiel eingegroben, ich möchte mir für 0,01 BNB MetaHero kaufen. Das, was ich jetzt mache, ich würde für den aktuellen Preis 29,3426 MetaHero bekommen. Ich klicke jetzt einmal auf Swap. Schauen wir, was passiert. Es sollte in Ordnung gehen. Das heißt, ich sollte diese knapp 30 MetaHero bekommen. Dann klickst du hier auf Confirm Swap. Dann sagt er, hey, bitte bestätige das. Du siehst noch, was du an Fees zahlst und Ähnliches. Klickst auf Bestätigen und dann sollte es funktionieren. Hier siehst du jetzt Transmission Submitted. Es kann sein, dass hier eine Fehlermeldung kommt. Wenn diese Fehlermeldung kommt, kein Problem. Dann schließt du das einfach nochmal und wendest diesen Swap einfach nochmal an. Und jetzt klicke ich auf Schließen und jetzt wird in Kürze in mein MetaMask Wallet. Du siehst hier ausstehend 0,01 BNB werden dann einfach gleich hinzugefügt. Und wir werden dann sehen, von den 1937,22 Hero wird das eine kleine Spur mehr werden. Und dann hast du den Kauf auch schon abgeschlossen. Wie du siehst, hat sich meine Hero Balance jetzt erhöht. Aber gleichzeitig sind auch meine 0,5 BNB, die ich mir gesendet habe, angekommen. Ich habe es aber, ich habe jetzt mittlerweile wirklich schon so lange gewartet, dass ich mir gedacht habe, ich möchte dieses Video fertig drehen und habe es mit weniger gemacht. Ich werde hier natürlich nachkaufen. Ich werde wahrscheinlich noch schauen, ob ich einen besseren Einstiegspunkt vom Preis bekomme. Du hast gesehen, super simpel, wie das eben funktioniert. Ich schwenke wieder auf meine Kamera ganz gut um. Also ich bevorzuge Pancake Swap. Du siehst einfach, einfach Step-by-Step das Nachmachen, was ich gemacht habe. Wenn nicht gerade BNB überlastet ist, es hat aber jetzt eine Stunde Dauer. Das ist normalerweise kein Problem. Aber du kannst ja dann gleich Heroes kaufen über Pancake Swap. Super simple, super easy. Hast du überall dabei mit deinem Wallet, egal wo du bist. Du kannst überall damit handeln. Wir machen jetzt weiter noch mit Gate.io und KuCoin Kauf, wie das eben funktioniert. Und schwenke ich in diesem Fall auch wieder in mein Screen Monitoring hinein. So und jetzt schauen wir noch zu den letzten zwei Punkten. Also eigentlich der letzte Punkt. Wir gucken uns ganz kurz an, wie man Metahero bei KuCoin oder bei Gate.io einkaufen kann. Funktioniert normalerweise, ist es recht simpel. Bei Gate.io, du musst dich natürlich anmelden, registrieren, verifitieren. Wenn du das gemacht hast, kannst du hier mal klicken auf Buy Crypto und klickst auf Credit Card. Oder je nachdem, was du eben machen möchtest. Kannst auch Banküberweisungen, das geht halt nicht sofort. In dem Fall würde ich Euro auswählen, deinen Betrag eingeben, was du möchtest. Und dann hast du hier nicht sehr viel zur Auswahl. Du hast auf jeden Fall nicht Hero als Auswahl, dass du das gegen Cash kaufen kannst. Du musst dir in diesem Fall auswählen, dass du US-Tether nimmst und dann diesen Kauf abschließt. Warum US-Tether? Auf Gate.io kannst du Hero gegen US-Tether tauschen oder auf KuCoin kannst du auch Hero gegen US-Tether tauschen. Auf Gate.io, solltest du Ethereum haben, kannst du das auch tauschen. Wenn du das gemacht hast, gehst du hier oben auf Handel, auf Spot-Handel im Standardbereich. Und der nächste Schritt, das sieht jetzt alles verwirrend und schwierig aus, ist aber normalerweise eigentlich ein Kauf, den du hier in Auftrag gibst. Du musst dir aber vorab hier links unbedingt das Paar Hero raussuchen. Hero US-Tether. Nicht verwechseln mit Hero, sondern wirklich Hero. Das klickst du an, dann scrollst du hier weiter hinunter und der sagt eh gerade, okay, ein Hero kostet gerade 0,21 US-Tether. Was du hier dann machst, ist einfach, dass du Betrag in Hero eingibst. Du hättest zum Beispiel gern 1000 Hero und würdest dafür 210 US-Tether zahlen. Statt Anmelden und Registrieren würde bei dir dann der Kaufverkaufen stehen. Nicht verwundern, dass hier jetzt so diese Trading-Linie ist, die ist aber ganz normal und auch nicht außergewöhnlich. Das schaut hier auch im Trading. Es ist normalerweise, wenn du irgendwo bei Binance oder irgendwo anders ein Coin kaufst, passiert auch nichts anderes, dass der steigt und fällt und hier hast du das halt alles in Trading angesehen. Dasselbe ist auch bei KuCoin. KuCoin hast du genau dasselbe. Anmelden, Registrieren, Verifizieren. Dann hier oben auf Buy Crypto. Fast Buy, das ist New. Da kannst du wieder auswählen, dass du das mit Visa und ähnliches machst. US-Tether sind in diesem Fall schon vorgegeben. Du gibst wieder den Betrag ein, den du gern kaufen möchtest. Würde ich aber hier dann eben auf Euro in unserem Fall. Dann Buy US-Feller. Wenn du das gemacht hast, dann gehst du hier auf Trade. Spot Trading, das musst du hier machen. Und dann kannst du hier unten, das ist ganz wichtig, dass du hier auf Market klickst. Wenn du auf Limit klickst, gibst du einen Limitauftrag. Das heißt, du sagst ihm, du möchtest bei einem Preis von zum Beispiel 0,25 US-Tether, möchtest du diese kaufen. Was wir aber hier noch machen müssen, was ich gerade gesehen habe, wir müssen hier auf Hero. Du musst dir halt die Hero so aussuchen. Hero US-Tether. Dann haben wir das jetzt hier unbedingt auf Market klicken, weil dann kriegst du den aktuellen Preis und sagst, ich hätte zum Beispiel gern für die gekauften 300, nicht 13.000, 300 US-Tether, meine Heroes bitte. Dann klickst du hier auf Kaufen und Sache ist erledigt. Auf den anderen Feld kann man sie wieder verkaufen und dann zu Cash machen. Dazu kommt aber sowieso noch ein eigenes Video. So, und das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dass es nicht zu lange dauert, aber es sind eben mehrere Steps. Metamask Wallet, dann der Kauf der Hero Token über Pancake Swap, dann noch einen kurzen Teil über KuCoin und Gate.io. Aber das ist eben so die simpelste Sache. Ich bevorzuge Pancake Swap, da kann man hin und her swappen, auch in spezielle Coins tauschen. Ich liebe das, das Wallet kann man überall auf der Welt aktivieren und mitnehmen. Da braucht man keine Hardware, kein gar nichts. Jetzt bitte ich dich noch, wenn dir das Video gefallen hat, liken, teilen, teile dieses Video im Internet-Universum. Du tust damit mir einen gefallen, weil YouTube sieht diese Backlinks und, und, und. Und merkt, auf meinem Video ist was los und pusht meinen Algorithmus. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.